Mittelaltermythen. Warum sehen wir so viel Quatsch über Schlachten, Waffen und Rüstung? Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Mittelalterklischees über Schlachten, über Kriege, Waffen, Rüstung. Da ist unfassbar viel unterwegs. Wir werden auch sehen, ganz viel liegt an Verfilmungen. Also wenn man sich Schlachten in Filmen anguckt, schwieriges Thema. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. So, was sind die üblichen merkwürdigen Vorstellungen und was ist daran falsch, was ist daran richtig? Das Problem ist, bei solchen Klischees oft, sie geschehen oft aus Nachlässigkeit, Unwissenheit. Und man hört da manchmal, es gibt nicht viele Quellen. Ich habe mal ein Interview gelesen, da ging es darum, ja, es ist Mittelalter, da haben wir quasi keine Quellen. Das fängt erst in der Renaissance wieder an. Und das ist eine schlimme, schlimme Vorstellung, vor allem von Fachleuten. Und tatsächlich gibt es jede Menge Quellen, die zu erhalten und zugänglich zu machen. Das ist oft nicht einfach. Deswegen habe ich auf Pinterest große Galerien, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe auf meiner Homepage Galerien mit Quellen. Aber es gibt auch jede Menge Quellen, die noch nicht erschlossen sind. Und da hilft dann auch tatsächlich mal ein Verlag. In dem Fall ist es Müller und Schindler, mit denen arbeite ich schon seit einiger Zeit zusammen. Die machen Faximile. Und wir sind uns einig, die sind sehr, sehr teuer und für meinen Geldbeutel auch zu teuer. Aber was da in Arbeit hinter steckt, das ist ganz spannend. Und die haben gerade einen Dachverlag gegründet, nämlich die Universal Art Group. Und da geht es eben nicht nur um Faximile, sondern auch um 3D-Digitalisierung, Kunstbücher, Replika von Gemälden. Und natürlich ist das alles etwas, was zum Verkauf gedacht ist. Letztlich kommt es uns aber zugute, dass dabei entstehen sehr, sehr hochwertige Dateien, die später genutzt werden können. Und so können solche Quellen nicht nur erschlossen, sondern auch erhalten werden. Durch diese Vermarktung haben auch teilweise die Bibliotheken, die dahinter stehen, Geld, um die Sachen zu restaurieren. Bevor man so ein Buch oder so eine Handschrift digitalisieren kann, muss man sie erstmal wieder herrichten, dass sie überhaupt im guten Zustand ist. Und das ist eine Sache, die durchaus unterstützenswert ist. Schaut einfach mal auf den Link, den ich unten in die Videobeschreibung gepackt habe. Was die sonst so machen, klickt euch ein bisschen durch, ist ganz spannend. Es gibt auch einen Link darunter, den habe ich extra gekennzeichnet. Da findet man sehr, sehr hochwertige Scans von Gemälden, von italienischen Gemälden. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie solche Werke erhalten werden. Wenn wir uns Schlachten im Mittelalter anschauen, ich habe da einen Teaser zu diesem Video gemacht, den ich euch gleich nochmal kurz zeigen möchte. Denn so sehen Schlachten in Mittelalterfilmen fast immer aus. Sie rennen und rennen und rennen und sie rennen immer noch. So war Braveheart. Jetzt kommt The King auf Netflix. Eine ganz, ganz schreckliche Darstellung der Schlacht von Aja Kour. Das ist The Witcher. Sie rennen. Das ist Die Mumie. Ich weiß nicht mal welcher Teil, aber natürlich rennen sie. Das hier ist King Arthur, diese merkwürdige Verfilmung von Paya. Und das hier ist Waterloo, der aktuelle Film mit Joachim Phoenix und die schlechteste Darstellung der Schlacht von Waterloo, die ich je gesehen habe. Entschuldigung, der Film heißt natürlich Napoleon. Ganz, ganz schlimme Darstellung und sie rennen wieder aufeinander zu. Das ist das, was wir immer sehen. Und auch in Endgame, Avengers, da rennen sie aufeinander zu. Oder Dune 2 letztens, Science Fiction und trotzdem rennen sie aufeinander zu. Und das ist das, was wir ständig sehen. Schlachten werden extrem darauf reduziert. Die bestehen aus quasi nichts anderem. Und gerade bei Napoleon war das wirklich schlimm. Die Schlacht von Waterloo, eine unfassbar komplexe Schlacht, wird darauf reduziert. Zwei Truppen, zwei Heere stehen sich gegenüber und rennen dann aufeinander zu. Und am Ende kommt dann noch ein Reiterangriff mit Napoleon persönlich an der Spitze mit Säbeln. Aber das ist das, was wir in Filmen über Schlachten mitbekommen. Das andere ist dann, ich zeige nochmal einen Ausschnitt aus Braveheart. Und dann haben wir das wilde Handgemenge. Jeder gegen jeden, überhaupt keine Taktik, keine Strategie, nichts dergleichen. Es geht nur darum, Mann gegen Mann. Und dann ist der Held da, der sich durch seine Gegner durchschnetzelt. Hier links, rechts, jeweils mit einem Schlag ein Gegner. Die Anrüstungen sind völlig unnütz. Also der zieht den Frontal über die Brust und die sterben. Warum auch immer. Weil die Waffe des Heldes ist immer Panzer brechend, schneidend durch alles durch, während er nicht mal Rüstung braucht. Ist nicht nötig. Und gleichzeitig macht er, also ich habe mal einen Kampf gehabt, natürlich mit stumpfen Waffen, sogar mit Gummibaffen die Rüstung zu schonen, auf 30 Schläge. War auf einem Hanigfechtsymposium. Und wir haben eben eine mittelalterliche Art des Duells ausprobiert. Und 30 Schläge klingt jetzt nicht viel. Ich war danach vollkommen fertig. In der Schlacht so zu kämpfen, nach links, rechts, ausschlagen, das überlebt man nicht lange. Das schafft man gar nicht lange. Also selbst wenn man ein wirklich, wirklich trainierter Sportler ist. Schaut euch nochmal einen Boxkampf an. Wie oft die wieder auf Distanz gehen. Wie oft die Zeitschinden letztlich. Wie oft die versuchen wieder zu atmen zu kommen, zu regenerieren, um dann wieder angreifen zu können. Niemand, außer, wir reden von Superheldenfilmen, kann auf Dauer mit Druck die ganze Zeit kämpfen. So funktioniert auch Kampf überhaupt nicht. Kampf besteht auch daraus, sich wieder zu trennen und wieder abzuwarten, Luft zu holen. Und wenn man das macht, ich betreibe Lab. Da bin ich in Schlachten drei Stunden und länger. Das funktioniert, wenn man es richtig macht. Wenn ich in einem Zweikampf bin, der wirklich forciert ist. Zwei, drei Minuten, danach bin ich kaputt. Eine Schlacht, eine lange Schlacht durchzustehen, hat ganz viel mit Taktik zu tun. Und sieht eben nicht aus wie das, was wir gerade gesehen haben. Und eine Schlacht ist auch nicht kurz. Eine Schlacht ist nicht innerhalb von 20 Minuten fertig. Denn so werden uns Schlachten gezeigt. Nochmal, The King auf Netflix. Wie gesagt, eine ganz, ganz furchtbare Darstellung der Schlacht von Al-Jean-Kur. Die Rüstungen passen nicht, die sind völlig falsch. Das Gelände wird falsch dargestellt. Wir sehen gleich einen Angriff aus dem Wald, den es nie gab. Also der viel zu leicht gerüstete König von England in einer furchtbar hässlichen Rüstung rennt an der Spitze seiner Truppen aus dem Wald heraus in den Gegner rein. Warum auch immer. Also, gerade die Schlacht von Al-Jean-Kur. Da ist die Blüte des französischen Adels. Und wir sehen nicht ein einziges Mal einen Wappenrock. Also, in der Zeit hat man das getragen. Wirklich über der Rüstung noch das eigene Wappen zeigen. Die sind alle grau. Auch in Rüstungen, die überhaupt nicht in die Zeit passen. Die sind viel später. Und eben hier Heinrich V. in Ringpanzer mit einer Brustplatte. Dazu muss er seine Ringpanzerhaube auch noch gerade rücken. Was ist das für eine Darstellung von einer Schlacht? Und wie dumm ist man so zu kämpfen? So funktioniert das alles nicht. Und da ist auch schon das Problem, auch ganz oft in Filmen, ist ja auch irgendwie eine Invasion. Wir sehen immer moderne Kriege. Es ist immer so, dass ein Bösewicht kommt. Erinnert euch an, ist das nicht auch Ridley Scott? Der Robin Hood Film. Wo dann die Franzosen mit quasi modernen Landungsbooten nur aus Holz, also so richtig, wo es sich vorne runterklappen kann, eine Invasion in England machen? Und das ist eine moderne Idee von Krieg. Also diese Invasion, ich will das Land des Gegners haben, weil ich es haben will. Das haben wir im Mittelalter gar nicht. Krieg im Mittelalter hat eigentlich immer einen Anspruch. Nahezu immer. Da fängt schon, bleiben wir bei England, die Invasion durch die Normannen an. In England wurde Harald Godwinson zum neuen König gewählt. Harald III. von Norwegen erhebt Ansprüche als Nachfolger Knutzes Großen. Der war unter anderem auch König von England. Und William, der Eroberer, beruft sich auf seine Verwandtschaft mit König Esselrath. Ich glaube, keiner, wie der Mann wirklich ausgesprochen wird. Also wir haben hier drei Anwärter, die einen reellen Anspruch auf den Thron haben. Das ist zum Beispiel sehr schön gemacht in Crusader Kings III. Um ein anderes Land anzugreifen, muss ich erst einmal einen Anspruch haben. In dem Spiel fälsch ich ihn oft. So oft wurden die gar nicht gefälscht, ist gar nicht nötig. Weil Ansprüche gibt es ziemlich viele. Und dann haben wir Krieg. Zuerst fällt Harald III. ein. Der wird von Harald Godwinson noch geschlagen. Wenige Tage später, nach dem Gewaltmarsch, müssen sich dann die Angelsachsen den Normannen stellen. Werden ihrerseits in der Schlacht von Hastings geschlagen. Aber die Schlacht von Hastings ist ein schönes Beispiel dafür, wie Schlachten tatsächlich oft aussehen. Hier haben wir tatsächlich noch eine sehr defensive Haltung. Wir haben letztlich einen Schildwall. Die Angelsachsen machen einen Schildwall. Und die Normannen können nicht einbrechen. Die versuchen, diesen Schildwall zu stören. Die versuchen, irgendwo eine Lücke zu schlagen. Und schaffen es auch, indem sie ranreiten oder angreifen und sich zurückziehen, um so Leute dazu zu bringen, ihnen nachzusetzen. Aber solange dieser Schildwall intakt ist, ist das eine sehr lange und sehr zähe Schlacht. Erst als diese defensive Stellung aufbricht und die Angelsachsen in die Flucht geschlagen werden, dann beginnt wie in ganz vielen Schlachten das große Töten. Das ist dann der Punkt, wo viele, viele Opfer zu beklagen sind. Und das haben wir sehr häufig. Schlachten sind nicht so hoppla hopp wie in den Filmen. Die sind erstmal zäh, langsam und in der Zeit die Leute, die Kontakt mit dem Gegner haben, die müssen kämpfen. Aber da ist auch die Frage, wie massiv da gekämpft wird. Versuche ich einfach nur meine Linie zu halten und ihn abzuwehren? Oder versuche ich ihn wirklich in dem Punkt schon als Verteidiger aktiv zu töten? Gute Frage, kann man sich sehr drüber streiten. Auch im Hundertjährigen Krieg. Großer Krieg zwischen England und Frankreich. Der beruht wieder auf einer Erbfolgefrage, auf einem Thronanspruch. Und zwar die Erbfolge Karls IV. von Frankreich. Philipp IV. wird in Frankreich zum König gekrönt und bezieht sich auf sein saarliches Erbrecht. Eduard II. von England bestreitet allerdings diesen Anspruch. Und aus diesen Ansprüchen, das gehört noch ein bisschen, bis es letztlich durchkommt, entsteht der Hundertjährige Krieg, der wieder auf dem Anspruch der Engländer auf die französische Krone herrührt. Der, glaube ich, erst in napoleonischen Kriegen aufgegeben wird. Also sehr, sehr, sehr spät. Und das haben wir eigentlich fast immer. Es gibt ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel außereuropäische Invasionen. Oder auch außereuropäische, nicht nur, aber zum Beispiel tatsächlich die Wikinger. Die versuchen Land zu nehmen. Teilweise klappt es dann wie in der Normandie, was allerdings auch keine Eroberung war, sondern ihnen wurde das Land gegeben. Aber die versuchen aktiv Land zu nehmen, zum Beispiel auch in England. Da in Machtvakuum einzudringen. Die Mongolen, die Ungarn, da haben wir immer wieder von außen kommende Invasionen. Das gibt es tatsächlich. Kreuzzüge sind auch nochmal ein Sonderfall. Auch da ist natürlich ein letztliches Invasionsheer und auch die wollen da eigentlich bleiben. Wenn wir uns aber die Kriege innerhalb Europas angucken, da haben wir gar nicht so viele Fälle von irgendwie, ich will dein Land einfach so, weil ich der böse König bin. Sondern es geht fast immer um Erbstreitigkeiten. Stiftsfäden ist ein schönes Beispiel. Das ist zwar keine Erbstreitigkeit, aber da haben wir eben verschiedene Bischöfe. Das Domkapitel wählt den einen Bischof, der Papst hätte gerne den anderen und der Kaiser den dritten. Und dann haben wir auch lange, lange Fäden. Die Mainzer Stiftsfäde im 50. Jahrhundert ist da ein Beispiel. Die Kölner Stiftsfäde, ein ganz wichtiges Beispiel. In die wird dann auch Karl der Kühne reingezogen. Das ist dann die Belagerung von Neuss, zählt dazu. Und letztlich auch die Schweizer Kriege sind eine logische Fortführung der Kölner Stiftsfäde. Also da haben wir Ansprüche. Da haben alle Seiten Ansprüche und dann haben wir einen Krieg. Das ist eigentlich immer ein ganz wichtiger Punkt, dass alle Seiten sich als im Recht sehen. Und auch durch dieses Recht können sie Anhänger gewinnen. Dadurch können sie auch Leute dazu bringen. Es gibt auch andere Dinge. Also William der Oberer zum Beispiel lässt in Frankreich und Deutschland verkünden, wenn du auf meiner Seite kämpfst, gibt es Land für dich. Du bist der dritte Sohn eines Adligen, ich habe Land für dich. Aber natürlich hilft es für das Selbstverständliche, der ist ja im Recht. Da bin ich ja einer der Guten. Die Leute wollen nicht die Fiesen sein. Die wollen gerne die Guten sein. Und das fehlt mir auch ganz oft, der böse Fiesling, der seine Leute furchtbar schlecht behandelt und bei jedem Versagen sofort umbringt. Dem würde ich nicht folgen. Dem Guten, der mir Land gibt und den Anspruch hat, dem würde ich folgen. Und so funktioniert das Ganze dann auch. Wie gesagt, Schlachten als ineinanderstürmen. Die allermeisten Schlachten fangen eher statisch an. Egal ob Reiterschlachten oder mit Fußvolk. Das wird natürlich auch nie getrennt. Und die Kabalerie ist sowieso immer ein schlechter Scherz in Filmen, die auf dieselbe Art immer wieder abgewährt wird. Tatsächlich haben wir im Hochmittelalter bis ins Spätmittelalter vor allen Dingen Reiterschlachten. Also wir haben immer wieder Schlachten, die letztlich fast ohne Fußvolk ausgetragen werden. Fußvolk wird immer wichtiger, weil sie sich immer mehr durchsetzen. Je mehr Taktiken und je mehr Waffen wie zum Beispiel Spieße und Pieken sie mitbringen. Aber erstmal sind Schlachten eher statisch. Man versucht, die gegnerische Formation aufzubrechen. Man versucht, die Oberhand zu gewinnen. Und erst wenn das gelungen ist, dann kann überhaupt dieses massive Töten anfangen, das wir in einigen Schlachten haben. Wir haben mittelalterliche Schlachten mit enormen Blutzollen. Aber das ist meistens die Endphase. Anders sieht es aus bei Überfällen. Wir haben zum Beispiel die zweite Schlacht von Poitiers. Das ist letztlich ein Hinterhalt. Und dann geht es böse ab. Es sieht natürlich auch anders aus, wenn später Schusswaffen reinkommen. Gut, im Klischee hat es mit dem Mittelalter nichts zu tun. In der Realität hat es sehr viel mit dem Mittelalter zu tun. Wir haben seit dem 13. Jahrhundert Schusswaffen. Und im 14. Jahrhundert setzen sie sich wirklich durch, auch auf dem Schlachtfeld. Und das sieht dann natürlich auch nochmal anders aus, je nachdem. Aber die Idee, dass so zwei Schlachtreihen ineinander rennen, auch so Schlachtreihen. Wir haben auf jeder Seite eine Reihe. Mehr Takte gibt es nicht. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, also da haben wir schon eine ganze Menge Varianten mehr. Mit Truppenteilen, die versteckt gehalten werden. Mit Vorhut nach. Also wir haben fast immer drei Teile. Auch zum Beispiel, ich hätte ja was über die Rosenkriege gemacht. Da haben wir fast immer drei Blöcke, die entsprechend befehligt werden und die auch als eigene Blöcke agieren können. Sowas wird niemals gezeigt. Das gibt es gar nicht. Und selbst in einer Schlacht, von der wir sehr viel über die Taktik wissen, wie zum Beispiel Angenacour, dann sehen wir sowas wie in The King und die ignorieren einfach alles, was wir über die Schlacht wissen. Man sieht im Film auch ein paar Bogenschützen. Die spielen aber gar keine große Rolle. Sehr, sehr schräg. Kavallerie wird sowieso immer nur im Sturmangriff gezeigt. Also Kavallerie reitet mit voller Wucht in den Gegner. Das hat es garantiert gegeben. Je nachdem, wie es gerade aussieht. Ich habe aber meine Zweifel, ob das immer so gewesen ist, weil ein Pferd ist auch sonst gefährlich. Wir haben auch schon Übungen gemacht und auch Vorführungen gemacht, wo eben Reiter gezeigt haben, wie sie mit ihrer Lanze einfach an eine Reihe Fußkämpfer rangehen können und einzeln rauspicken können und weg sind, bevor sie angegriffen werden können. Die kommen ran, stechen zu, sind wieder weg. Haben wir vor Publikum letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, in Brandenburg an der Havel im Archäologischen Landesmuseum gezeigt. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Für meine Verhältnisse oder für meine Ansprüche als Fußkämpfer viel zu gut. War echt bedenklich. Und auch eine geschlossene Reihe Kavalleristen, die, sagen wir, im Schritttempo in eine Schlachtreihe reingehen. Wenn die Pferde und die Reiter gerüstet sind, geht das durchaus. Ich möchte da nicht stehen. Ich möchte das nicht erleben. Also das ist so ein bisschen, was wir heute bei Unruhen kennen, wenn moderne Polizeieinheiten zu Pferd eingesetzt werden. Das ist gar keine so unnötige Taktik und da gibt es Quellen zu, da gibt es Hinweise drauf. Ich sage nicht, dass es immer so war. Ich sage nicht, dass Kavallerie keinen Sturmangriff gemacht hat, aber der frontale Sturmangriff auf eine Reihe Gegner, die wir immer wieder sehen, halte ich nicht für die beste Lösung. Und ich würde da gerne mehr sehen. Klar, ich weiß, es sind Filmaufnahmen. Sie sind nie perfekt, aber das prägt eben unsere Vorstellung von Schlachten. Dagegen könnte man auch nicht viel tun. Das ist sehr mächtig. Also ich kenne es selber. Ich bin mit sowas wie Braveheart groß geworden und fand es auch immer toll, ganz tolle Schlachtszenen. Und man muss das echt irgendwann mal überdenken, um zu merken, wie unsinnig das eigentlich ist, wie wenig das mit der Realität zu tun hat. Daher ist das eins der großen Mittelalter-Klischees, wie sehen Schlachten aus? Und dagegen anzukommen ist echt schwer. Und wenn wir uns Dokus angucken, dann sehen wir immer dasselbe nur in klein. Dann wird das Ganze halt nicht mit mehreren hundert bis tausend Statisten inszeniert, sondern mit ein paar Hanseln. Aber das, was wir sehen, ist wieder genau dasselbe. Ganz wichtig, es muss alles grau und dreckig sein. Schlachten haben irgendwie nie bei gutem Wetter stattgefunden. Schräg, außer Braveheart. Ausgerechnet in Schottland haben sie gutes Wetter bei den Schlachten. Naja, gut. Und manchmal wird der Krieg sowieso verwechselt mit modernem Krieg, was Fronten angeht, mit stehende Heere, dauerhafte Kampfhandlungen. Ich glaube, in Ritter aus Leidenschaft muss dann der Bösewicht weg, weil er an die Front muss. Mittelalterliche Kriege haben keine Fronten. Also ganz am Ende, wenn wir langsam stehende Heere anfinden, dann haben wir längere Kriege. Aber die meisten Kriegen im Mittelalter sind Kampagnen. Also es gibt auch so Vereinbarungen im Fordalsystem, dass man zum Beispiel 40 Tage für seinen Lehnstern kämpfen muss. Und wenn die 40 Tage vorbei sind, kann man heimgehen. Natürlich nicht immer, dann muss der Lehn sehr tiefer in die Tasche greifen, aber letztlich kann der Ritter sagen, du, meine Aufgabe ist erfüllt, ich gehe da mal heim, tschüss. Das darf er, weil der Ritter, der Fordale Ritter ist natürlich auch in seiner eigenen Wirtschaft, an seinem Lehn interessiert und er kann nicht die ganze Zeit weg sein. Also es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit für so lang anhaltende Kriege und wenn, dann muss das sehr sorgfältig geplant werden. Ein Kreuzzug zum Beispiel ist eine Sache, da bin ich ganz lange weg. Die allermeisten Kriege im Mittelalter sind Kampagnen, dann fällt man beim Gegner ein und der ist ja auch nicht groß. So ein Heer, das nach Frankreich einfällt zum Beispiel. Edward von Woodstock, der schwarze Prinz von Wales, der verwüstet Landstriche. Der geht mit seinen Leuten hin und verwüstet gezielt Landstriche. Aber halt das, was er erreichen kann. Der kommt nach Nordfrankreich oder teilweise auch in die Gascogne. Die haben ja von mehreren Seiten angegriffen und verwüstet, was er kriegt. Das ist aber immer noch eine lokale Angelegenheit. Die Bauern drei Täler weiter, die kriegen davon nichts mit. Die moderne Optik eines Krieges, dass wirklich alles in Trümmern liegt, die gibt es nicht. Wenn heute ein Krieg ist, dann ist das Land kaputt. Guckt euch Syrien an. Da sind ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht. Im Mittelalter gibt es auch dem Erdboden gleich gemachte Burgen und Städte. Aber eben nicht flächendeckend. Dann ist eine Stadt in der Normandie kaputt und nicht die Normandie und auch nicht Nordfrankreich oder ganz Frankreich. Das haben wir einfach nicht. Und das ist in Filmen auch immer ein ganz schwieriges Thema, dass wir das wahnsinnig häufig haben. Wenn wir uns Mittelalter die Quellen angucken, lustigerweise, sind die auch nicht realistisch. Ich habe zum Beispiel eine französische Handschrift. Die gesamte Handschrift finden die auf meiner Homepage unter den Quellen. Da habe ich die mal komplett reingestellt bei wunderschönen Bilder. Aber wenn wir uns das angucken, das ist auch nicht realistisch. Okay, wir haben so ein paar Dinge. Wir sehen da zum Beispiel im Hintergrund werden Befestigungen auf dem Schlachtfeld beseitigt. Wir sehen auch ein befestigtes Lager. Aber ansonsten, wir sehen sehr viel Rüstung, die ich eher als Fantasy bezeichnen würde. Die haben so, also nicht ganz unrealistisch, aber wir haben hier ein paar Sachen, da bin ich skeptisch, ob es die in der Form gab. Und natürlich Aufstellen. Taktisch ist das auch nicht viel besser. Und auch dieses wilde Kampfgetümmel wird gezeigt. Ja, also wenn ich nach den Quellen gehe, dann könnte ich das im Film auch so darstellen. Zum Glück haben wir noch andere Quellen, die das realistischer zeigen. Immerhin sieht man hier, dass die Rüstungen funktionieren, weil die Leute werden in ihren Schwachstellen angegriffen, zum Beispiel in den Hals gestochen und werden nicht einfach durch die Brust gehauen. Aber das ist tatsächlich so ein Problem, wenn wir uns die Originalquellen angucken. Viel realistischer sind die auch nicht. Aber sie haben eine Ausrede, es sind mittelalterliche Malereien. Sie sollen nicht realistisch sein. Bis wir wirklich realistische Darstellungen von Schlachten haben, das sind wir tatsächlich in der Neuzeit. Ein Punkt, warum wir solche falschen Ideen haben, ist halt völliges Missverständnis von Waffen und Rüstung. Fangen wir schon mal an. So die allgemeine Idee. Die Römer haben noch die Lorica Segmentata. Dank Asterix wissen wir alle, sie haben alle diesen Spangenhaar nicht. Jeder Legionär immer. Und dann kommt irgendwann das Frühmittelalter und die Leute laufen rum wie Wikinger und wobei Wikinger ist ja das nächste große Problem. Wenn wir uns aber tatsächlich mal anschauen, hier habe ich eine Legionär um 350. Der sieht gar nicht mehr aus, so wie der Legionär bei Asterix. Und wir haben da eine Entwicklung weg, genau von dieser massengefertigen Lorica Segmentata, hin zum Ringpanzer. Letztlich ein Kettenhemd. Und der unterscheidet sich kaum noch von seinem Gegenstück in Nordeuropa. Ob Kelten oder Germanen, wie immer man sie nennen möchte, die sind ganz ähnlich ausgerüstet. Wir sehen ja noch so ein paar römische Versatzstücke. Aber letztlich ist es ein kurzärmeliger Ringpanzer, ein Helm, ein Schild, ein Spieß und ein Schwert. Damit ist der Mann ausgerüstet. Er trägt nichts an den Beinen, er trägt nichts an den Unterarm. Das verwundern die Leute oft, aber tatsächlich ist das gar nicht so verbreitet gewesen erst mal. Und dann habe ich hier noch um das Jahr 400, wobei die Ausstattung soll früher sein, aus Monza, ein Diptych schon. Und da sieht man eine Darstellung eben aus der Zeit. Und auch der sieht letztlich aus wie ein Germane oder Kelte seiner Zeit. Er trägt einen Schild, der auch gar nicht mal römisch aussieht, so ein Ovalschild. Er trägt einen Spieß und er trägt nicht mal Rüstung. Und das wird tatsächlich relativ verbreitet. Gehen wir weiter ins Jahr 1000. In Aachen gibt es eine Elfenbeinsitula. Die habe ich letztens noch gesehen. Und da werden Krieger gezeigt. Und das ist jetzt das, was wir im gesamten Frühmittelalter erwarten können. Da hat sich nicht viel getan. Habt ihr es gesehen? Eben von dem Monza Diptych schon hierher. Ja, gut, er trägt jetzt einen Ringpanzer. Den hatten wir beim Legionär eben auch. Also da haben wir tatsächlich eine ganz lange Gleichförmigkeit. Und das ist nicht so, dass es im Mittelalter mit seinem angeblichen Rückstand oder seiner Rückständigkeit das irgendwie schlechter gemacht hätte, sondern das fängt schon in der Spätantike an. Schon während des römischen Reiches geht man im Prinzip auf diese Ausrüstung. Auch inspiriert von anderen, zum Beispiel nordeuropäischen Ausstattungen. Das bleibt auch sehr lange der Fall. Denn wenn wir zum Beispiel am Teppich von Bayeux gucken, die Schilde haben sich geändert und der Ringpanzer verändert sich ein bisschen. Der wird ein bisschen länger. Immer noch kurzärmelig. An den Helm ist jetzt ein Nasal angekommen. Aber da sind wir jetzt schon am Übergang zum Hochmittelalter. Viel hat sich da nicht geändert. Und das ist die Rüstung, die wir eben ganz lange haben. Wenn man sie sich leisten kann. Weil eines dieser Klischees ist tatsächlich, dass alle so etwas haben. Oder dass, wenn man es sich nicht leisten kann, irgendwelche Ersatzdinge hat. Aber wenn wir uns mal wirklich so die Fundlager angucken, egal ob wir bei Wikingern sind oder bei Langobarden oder bei Alemannen oder sowas. Ringpanzer waren selten. Quatsch, dass nur Fürsten sowas haben. Auch professionelle Krieger werden sowas gehabt haben. Aber wir haben auch sehr viele, die in die Schlacht gehen und sowas nicht haben. Dann haben wir oft den Helm, den Schild und den Spieß. Und vielleicht noch eine Schwert, Sachs, was auch immer, eine von vielen möglichen Waffen. Aber das ist die Ausrüstung vieler in der Schlacht. Und wenn wir dann in Filme gehen, nehmen wir zum Beispiel die Serie Vikings, dann finden wir auf einmal irgendwie Lederpanzer, Lederschuppenpanzer und alles Mögliche. Das ist aber nicht der Fall. Gerade in der frühmittelalterlichen Kriegsführung. Und gerade wenn wir sowas wie Wikinger haben, die sich gar nicht so gerne an der Feldschlacht gestellt haben, die viel lieber einen Überfall gemacht haben, dann braucht man auch gar nicht so wahnsinnig viel Rüstung. Der Schild ist die große Verteidigung. Und das wird ganz oft falsch gesehen. Die Rüstung, obwohl sie merkwürdig überhaupt keinen Sinn hat in den Filmen, wie wir gesehen haben, ist immer die Rüstung das Wichtige. Der Schild ist immer so ein Nebending, dann kann ich ab und zu mal Leute hauen. Aber tatsächlich ist für die Taktik der Zeit der Schild wahnsinnig wichtig. Der ist die Hauptverteidigung. Und deswegen erklärt sich auch, warum ich so wenig sonst trage. Denn wenn mein Gegner am Schild vorbei ist, dann ist schon was schiefgegangen. Das soll er eigentlich nicht. Der Schild ist eigentlich das, was mich deckt. Und dahinter brauche ich letztlich nicht noch eine Rüstung. Wird natürlich gerne gemacht. Und wenn ich was schützen will, dann schütze ich lustigerweise. Heutige Kämpfer, auch zum Beispiel im Lab kenne ich das, schützen sehr gerne ihre Extremitäten, also Waden und Unterarme, weil da kriegen sie schnell was drauf. Der Torso ist aber das Gefährliche. Ein Stich in den Torso bringt mich sehr zuverlässig um. Ein Schnitt am Unterarm, dann bin ich kampfunfähig, aber ich bin nicht tot. Das kann ich relativ gut ausstatten. Und Beinrüstung ist sowieso ein ganz wildes Ding. Wie lange die Beine nicht geschützt wurden, ist sehr beachtlich. Also an die Beine ranzukommen ist tatsächlich schwerer, als man denkt. Vor allem, wenn ich ein Schild dabei habe. Das haben die Leute tatsächlich als letztes geschützt. Das Erste, was geschützt wird, ist mit einem Schild, der Torso und dann kommt der Helm. Ganz wichtig, der Helm. Und da sind wir natürlich auch wieder in Hollywood. Wozu Helme? Wer braucht Helme? Und selbst im 12. Jahrhundert hat sich da noch nicht viel getan. Hier habe ich, das ist Daniel Severin, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, mit einer Ausstattung des 12. Jahrhunderts hat sich tatsächlich seit den Römern nur teilweise was geändert. Der Kopf wird jetzt besser geschützt, weil er eben eine geschlossene Kapuze hat. Die Hände werden samt Unterarmen geschützt, aber wir haben immer noch den Schild als Hauptverteidigung, einen Ringpanzer als Zweitverteidigung. Wenn überhaupt, einen sehr dünnen Polsterhund darunter. Komme ich gleich nochmal. Und eben das Schwert. Und selbst im angehenden Spätmittelalter haben wir hier in der sogenannten Kreuzfahrerbibel noch eine Darstellung. Hier ist der Topfilm. Der Topfilm ist so eine Neuentwicklung. Das Gesicht wird komplett geschützt. Aber wir haben immer noch den Ringpanzer. Und hier, ganz spannend, schaut mal, wie gut man die Muskeln durchsieht. Denn auch das ist so ein wildes Klischee, dass unter einem Ringpanzer immer dicke Polsterungen getragen wird. Wieder aus heutiger Sicht vollkommen klar. Denn der heutige Hobbysportler, da zähle ich mich ein, ist nicht abwertend gemeint, ich gehöre dazu, will nicht mit blauen Flecken heimgehen. Und das ist durch den Ringpanzer, die blauen Flecken sind garantiert. Wenn nicht sogar Brüche. Aber das ist wieder ein modernes Ding. Der Mensch im Mittelalter will Beweglichkeit gegen Schutz austarieren. Und alles, was ihn behindert, ist falsch. Und hier habe ich wieder Arne Kutz, ein großartiger Darsteller und Reiter in einer Rekonstruktion eines Ringpanzers. Und der Typ ist unfassbar schmal gebaut von seinem Körperbau her. Der sieht genauso aus wie Ritter auf alten Bildern. Und seht mal, wir haben genau dieselben Muskeln, die sich durchzeichnen. Denn der trägt unter diesem Ringpanzer keinerlei Polsterung. Und das funktioniert. Toller Schnittschutz. Gegen Schläge hat er seinen Schild. Und der Ringpanzer soll nur das aufhalten, was durchgeht. Nehmen wir hier den nächsten Schritt, den vollen Ringpanzer. Die Beine sind inzwischen geschützt. Also man ist einmal komplett in Ringpanzer gekleidet. Dummerweise ändert sich jetzt was in der Kriegsführung. Die Reiter werden weniger wichtig. Es kommen immer mehr Fußkämpfer. Der Schild ist immer kleiner geworden, bis er quasi aufgegeben wird. Und dafür werden schwere Waffen verwendet. Ob es Spieße sind oder Stangenwaffen, demnächst kommen auch Schwerter auf, die man in zwei Händen tragen kann. Jetzt kriegen wir tatsächlich Waffen, die weit mehr Schaden anrichten als so ein normales Schwert. Ein normales Schwert macht genug Schaden. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und deswegen haben wir eben falls so um 12 mal 50 so einen Anblick. Das ist der heilige Mauritius aus dem Dom in Magdeburg. Das ist allerdings eine Nachbildung, nicht die Originalstatue. Ich habe sie aber mal gewählt, weil diese Vergoldung sehr schön die einzelnen Teile zeigt. Hier ist nämlich der Plattenrock aufgekommen. Der Torso wird jetzt geschützt mit einem Plattenrock. Also Leder oder Stoff von innen mit Platten beschlagen. Das schützt den Torso natürlich nochmal besser. Und hier fängt es auch an, dass wir Polsterung unter der Rüstung haben. Also da sind wir genau in der Zeit, in der man sich immer mehr versucht zu schützen. In der auch Plattenteile in verschiedener Form kommen. Und da finden wir teilweise wirklich Michelin-Menschen. Ihr werdet auf den Bildern sehen, so schlimm ist es dann doch nicht. Aber hier finden wir tatsächlich einen Textilpanzer unter dem Ringpanzer, um das abzuhalten. Textil unter Ringpanzer ist nicht mal so die Regel. Komme ich auch gleich nochmal dazu. Hier haben wir zum Beispiel Otto von Allermünde, um 1350. Das ist ein wundervoller Plattenrock über einem Ringpanzer. Der Ringpanzer ist weitärmelig. Wir sehen, die Unterarme sind mit Plattenteilen geschützt oder zumindest mit aufgesetzten. Es könnte tatsächlich hier mal Leder sein, mit aufgesetzten Metallschienen. Das ergibt durchaus Sinn. Die Beckenhaube mit dem Aventail, dem Kettenkragen hat sich entwickelt. Also hier haben wir tatsächlich mehrere Plattenteile bereits. Oder auf den Schultern seht ihr auch schon Plattenteile. Und ebenfalls im 14. Jahrhundert Edward von Woodstock hat dann schon komplettes Plattenarmzeug. Darunter immer noch Ringpanzer. Aber hier haben wir die Entwicklung, den nächsten Schritt hin zum Plattenpanzer. Da sind wir aber tatsächlich im späten 14. Jahrhundert. Und erst im 15. Jahrhundert hat sich der komplette Plattenpanzer entwickelt. So eine Nebenentwicklung aus dem Plattenrock ist dann auch die Brigantine. Sehen wir in Filmen quasi nie. Oftmals Seidensamt, seltener Leder, innen mit ganz vielen kleinen Plätschen belegt. Ihr seht all diese Punkte. Das sind Niedköpfe, immer in Dreiergruppen, die diese Platten halten. An so einem Bauchraum sind ein paar große Platten eingearbeitet. Wundervolle Rüstung. Im deutschsprachigen Raum kommen sie leider so gut wie nicht vor. Aber im englisch-französischen, im burgundischen Raum sehr, sehr beliebte Rüstung. Und auch zum Beispiel, hier sehen wir die Leibgarde des französischen Königs. Die ist hier auch in solchen Pregnantinen gekleidet. Und das ist gerade was, was bei Profisoldaten, nicht-ritterlichen Profisoldaten sehr beliebt war. Hier sieht man natürlich auch, sie haben ein komplettes Beinzeug dazu. Obwohl es Leibbogner sind, haben sie in dem Fall auch Kleben, also keine Bögen in der Hand. Und überhaupt, das Spektrum der Waffen ist auch so ein Problem im Klischee. Denn ich habe jetzt mal so einen ganz kurzen Weg durch die Rüstungsentwicklung des Mittelalters gemacht. Da kommen noch ein paar Bilder, die ich gleich zeige. Sowohl im Rollenspiel, im Fantasy-Rollenspiel, als auch im Film, scheinen die alle gleichzeitig zu existieren. Und sie sind auch noch erweitert worden. Und aus dem Rollenspiel gibt es also die Pyramide. Das war schon in der allerersten Box, war das Schwarze Auge. Habe ich damals, glaube ich, mit elf Jahren gesehen. Hat sich eingeprägt. Wir haben die Textilrüstung, also Stoffrüstung, Gambeson, was auch immer. Dann haben wir die Lederrüstung. Und das Problem ist, Lederrüstung kommt ultra selten vor. Also wie gesagt, es gibt so Leder mit Metall drauf im 14. Jahrhundert, in dieser Übergangszeit zwischen Ringpanzer und Plattenrüstung. Aber ansonsten ist Leder einfach kein sehr gutes Material. Ein Material, das ich mit meinem Ledermesser einfach schneiden kann, kann ich auch mit dem Schwert einfach durchhauen. Also dann gibt es auch so Sachen wie gekochtes Leder. Cool boy. Ich finde in meinen älteren Fundbeschreibungen wahnsinnig oft. Also da ist in jeder Beschreibung alles Cool boy. Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Wenn man es dann untersucht, ist es doch nur normales Leder. Also es gab bestimmt, es wurde bestimmt Leder in Wachs und in Öl gekocht und gehärtet. Aber die allermeisten Fellliebe haben auch irgendwelche Futterale und so sind eigentlich nur aus mehreren Lagen zusammengesetztes Leder und gar nicht so hart, wie man denkt. Und selbst das kann ich noch vergleichsweise leicht durchstechen. Also Leder ist zu teuer, zu unflexibel und vor allem dieses Leder, das ich koche, das ist auch danach letztlich kaputt. Das kann ich brechen. Also das ist keine sehr gute Variante. Hat sich nicht durchgesetzt. Lederrüstung ist eigentlich in fast allen Fällen eine Fantasy-Sache. Wir sehen es aber wahnsinnig oft. Wie gesagt, wenn wir Frühmittelalter gezeigt bekommen, Wikinger oder sowas, hundertprozentig sehen wir dabei Lederrüstung. Immer. Dann kommt der Ringpanzer oder das Kettenhemd. Das ist dann so eine mittelgute Rüstung. Dann kommt der Schuppenpanzer, dann kommt der Plattenpanzer. Also es existiert alles gleichzeitig. Und wenn wir mal so einen Film nehmen wie der 13. Krieger, das ist eben auch Wikinger-Ära, dann sehen wir jede Menge Plattenrüstung. Wir sehen sogar Sturmhauben aus dem 16. Jahrhundert. Das ist überhaupt kein Ding. Schmeißt man zusammen. Warum soll der nicht einen Plattenprost getragen haben? Egal. Diese Mischmasch macht es natürlich schwierig, sich ein Bild zu machen. Also das beeinflusst auch. Und ich habe ganz oft Leute, die sind verwundert, wenn ich ihnen sage, nee, im Hochbegleiter hast du gar keinen Plattenhaar nicht. Gibt es nicht. Ja, wieso? Das ist doch logisch. Weil es die industriellen Voraussetzungen noch gar nicht gibt. Du musst ja erstmal jemanden haben, der dir so große Metallplatten herstellt. Und da brauchst du Hammerwerke und alles Mögliche. Und wenn du das nicht hast, wenn du immer noch alles kleinteilig aus Renneilzen zusammensetzt, dann gibt es eben keine großen Platten. Wir haben wahnsinnig lange Rüstung aus Teilen zusammengesetzt. Die Helme, gerade so Topfhelm, werden aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Die Spangenhelme, also wirklich ein einteiliger Helm, ist schon eine aufwendige Sache. Und große einteilige Rüstungsteile kommen sehr, sehr spät. Metallschilde zum Beispiel. Auch quasi kein Ding. Bis in die Neuzeit, da tauchen ein paar auf. Aber Metallschilde, zu schwer, zu teuer. Viel zu teuer. Da sind Lösungen aus Verbundmaterialien, also Holz, Rohhaut und ähnliches, vor allem auch Kreidegrunden und sowas, viel, viel sinnvoller. Viel stabiler, viel sinnvoller. Sehr aufwendig zu machen, aber letztlich von den Materialien sehr günstig. Und ich habe hier zum Beispiel eine rekonstruierte Pavese, also so einen großen Setzschild. Erstaunlich leicht, erstaunlich dünn, erstaunlich haltbar. Also die Sachen ergeben völlig Sinn. Aber dann sehen wir wieder Filme mit Metallschilden. Sehr schade. Mit diesen ganzen Sachen sind natürlich die übrigen Klischees verbunden. Also die Rüstung, egal welche, sind immer schwer und unbeweglich. Sowohl der Ringpanzer ist schwer und unbeweglich. Das Konzept der Ringpanzer ist gar nicht mal so leicht, aber beweglich war natürlich trotzdem. Man kann sich darin bewegen. Beim Plattenhanisch hört es dann ganz auf. Da kriegen wir die absurdesten Darstellungen. Also auch hier gerade in The King, da sieht man Leute in hässlichen Plattenhanischen rumlaufen, die stark sind, als hätten sie irgendwie, hätten wir in die Knie zusammengeschraubt. Also funktioniert gar nicht. Was gerade in Kinderliteratur immer wieder erzählt wird, aber in den Filmen eben gerne so was wie, man kann nicht wieder aufstehen. Wer vom Pferd fällt, kann nicht wieder aufstehen, der liegt hilflos auf dem Rücken. Man wird mit dem Kran aufs Pferd gehoben, weil die Rüstungen so schwer sind. Meine Rüstung wiegt 25 Kilo mit allem drum und dran. Und das letzte Jahr eigentlich habe ich mit meiner Rüstung Liegestützung gemacht. 10 oder so. Oder vielleicht auch 12. Kann ich. Ich bin jetzt nicht der trainierteste Mensch, aber das ist ziemlich gut. Es gibt eben Leute wie zum Beispiel Daniel Chaké, einen Forscher aus der Schweiz, der hat Halbmarathon in seiner Rüstung gemacht. Der kann auch einen Handstand überschlagen. Also wir haben heute Leute, die das können und wir haben auch historische Quellen. Wir haben einen Französischen, Ritter Boussicot, der eben genau solche Sachen erzählt, der eben auch den Hammer in die Hand nimmt und Steine zerschlägt in Rüstung, um zu trainieren, um Ausdauer zu trainieren. Also die Sachen gibt es. Rüstungen waren eigentlich nie allzu behindert, denn sonst hätte man das gelassen. Wer durch eine Rüstung behindert wird, der lässt sie weg. Warum sollte er sie tragen? Also da muss ich irgendwas reduzieren, da ist irgendwas falsch daran. Teuer. Rüstungen sind teuer und nur für Ritter. Ganz berühmt ist das der Ringpanzer, das Kettenhemd mit dem Gegenwert eines Dorfes. Keine Ahnung, ob es das irgendwann mal gegeben hat, aber ja, im Frühmittelalter sind Ringpanzer wertvoll, denn Eisen muss erstmal hergestellt werden, dann hast du auch noch keine Drahtzieher, sondern diese Ringe müssen mehr oder minder gehämmert werden. Relativ schwierig. Im Hochmittelalter ist es schon eher Standard, einen kompletten Ringpanzer zu haben und im Spätenalter, wenn der Plattenpanzer kommt, der angeblich super teuer ist, Stadtbürger müssen Plattenpanzer tragen. Also wir haben selbst Bauern, die Rüstungsteile haben müssen, zumindest ein paar und in einigen Städten wird von Handwerksmeistern ein voller Hanisch verlangt. Also worüber reden wir da? Es war offensichtlich möglich und wir kennen auch ungefähre Preise. Also man kann grob sagen, dass ein normaler Handwerker sich für etwa drei bis vier Monatslöhne einmal komplett für den Krieg in einem Halbhaar nicht ausstatten konnte. Wie gut er jetzt war, wie hochwertig er war, das ist eine andere Frage, aber es war machbar. Er konnte sich dann nicht ausstatten und wenn wir das mal so nehmen, wenn wir mal 2000 Euro annehmen als Monatsgehalt, ich weiß, das ist jetzt völlig schräg, dann sind wir zwischen 6.000 und 8.000 Euro für eine komplette Ausstattung. Ist nicht billig, aber man kann es machen. Wie gesagt, Ritter auch mit dem Kran aufs Pferd gehoben. Ich bin in meiner Rüstung schon aufs Pferd gestiegen. Das funktioniert. Also sogar ohne Hilfe kommt man da rauf und wieder runter. Ist überhaupt kein Thema. Und diese falschen Vorstellungen, die sind unfassbar verbreitet. Das sehen wir eben bei sowas wie The King of Netflix. Wenn die aufmarschieren, sind sie schwer und unwirklich. Und die schönste Szene in dieser sowieso schon schlimmen Schlacht ist, dass dann der französische Dauphin, der Kronprinz im Kampf, im Schlamm ausrutscht, nicht mehr hochkommt und von irgendwelchen Bogenschützen abgestochen wird. Der war gar nicht da. Der war nie in der Schlacht von Agincourt. Der ist an der Krankheit gestorben. Der hat mit Agincourt nichts zu tun gehabt. Also auch das ist erfunden. Aber diese Szene, wo er eben ausrutscht und auf dem Schlamm nicht mehr auf die Füße kommt. Also da muss schon viel Schlamm sein, und dann kann ich mir das vorstellen. Aber so grundsätzlich in der Rüstung nicht wieder aufstehen zu können, warum trage ich sie dann? Warum sollte ich sowas machen? Und wie gesagt, das ist unfassbar verbreitet. Ihr macht euch keine Vorstellungen, wie verbreitet diese Vorstellungen sind. Noch mehr falsche Vorstellungen haben wir dann allerdings bei den... Ach ja, ich wollte noch bei den Rüstungen ein paar Sachen zeigen. So ein paar falsche Vorstellungen sind eben bei der Art der Rüstung noch. Es gibt die Textilrüstung. Die wird gerne so als die billigste Rüstung genommen. Brigantin übrigens auch. Brigantin ist die günstige und leichte Variante zum Plattenpanzer. Tatsächlich sind die meisten Brigantinen schwerer als Plattenpanzer. Bisschen günstiger, aber auch nicht billig. Aber Textilrüstung sind angeblich die billigsten. Die sind aus ziemlich vielen Lagen Stoffen. So günstig kann das gar nicht sein. Und wir sehen sie auch gar nicht so häufig. Es gibt ein paar Bilder hier zum Beispiel von Hans Memling. Der Tod der heiligen Ursula ist in Prügge zu sehen. Und da sehen wir einen Bogenschützen mit einer Brustplatte über einem Textilpanzer. Kann man hier gut sehen. Die sind, wie gesagt, nicht super billig, aber für Bogenschützen ganz beliebt. Vor allem, weil ich die Arme nicht ganz so dick schützen muss. Trotzdem habe ich einen gewissen Schutz. Bei dem zweiten Bild, eben von derselben Tafel, wieder die heilige Ursula, da sehen wir wieder einen Textilpanzer über einem Ringpanzer. Und das ist gar nicht selten. Denn so Stoff über Kette oder über Ringpanzer hat einen riesigen Vorteil. Wenn ich den Ringpanzer außen habe, dann habe ich zwar einen besseren Schnittschutz, aber ich brauche mehr Material. Der Ringpanzer muss größer sein. Er muss zwei, drei Größen größer sein, als wenn nur ich ihn anziehe. Und das ist alles zusätzlich Material. Noch dazu wird mein Stoff gestaucht, was erstens seine Schutzwirkung vermindert und mich unbeweglicher macht. Wenn ich dagegen den Textilpanzer über dem Ringpanzer trage, dann habe ich einen guten Stichschutz. Schnittschutz, darunter kommt irgendwann der Ringpanzer. Ich nehme Wucht, bevor der Ringpanzer getestet wird. Und dieser Kollege hat sogar noch sogenannte Jack Chains drauf, also so ein Splintenarmzeug, das letztlich seinen Arm sehr gut vor Schnitten schützt. Also alles, was an Schnitten von außen kommt, ist im Prinzip wirkenslos. Hebe, weiß nicht, ob ich darauf wetten würde. Stiche, nicht wirklich. Aber so habe ich eigentlich eine ziemlich gute Kombination. Das ist für vergleichsweise wenig Geld und vergleichsweise wenig Aufwand eine gute Gesamtrüstung, die ich hier habe. Dazu eine Hirnhaube. Also da haben wir einen professionellen Soldaten in seiner Ausstattung. Und das werden wir in Filmen nie sehen. Leider nicht. Abgesehen davon, dass er viel zu bunt ist. Klar. Hier bin ich in meiner Rüstung. Das ist so mein Stand, ist auch schon vier Jahre her, glaube ich. meine Rüstung, also dieser volle Haar nicht, selten zu sehen, wenn dann auch sehr matt. Gerade in The King sieht man das wieder. So glänzend, wie er da ist. Das halte ich aus ganz vielen Gründen für die realistische Optik. Denn als Ritter will ich das natürlich pflegen. Ich muss Prestige zeigen. Und ich will meine Rüstung rostfrei halten. und da ist Politur einfach ein sehr, sehr gutes Mittel. Und das Gute ist, es ist nicht meine Arbeit. Am Anfang einer Schlacht wette ich Steine, Beine, Sein, Ritter eher so aus. Am Ende der Schlacht ist ein völlig anderes Thema. Gebe ich zu. Wenn die aus der Schlacht heimkommen, da darf gerne Rost sein. Übrigens was für die Rüstung, was an Rost viel schlimmer ist als Menschenschweiß. Pferdeschweiß. Oder Blut. Die Hölle. Richtig aggressiv. Und was auch in Filmen quasi nicht vorkommt oder es ist auch so ein Klischee nebenbei. Es kommt, nee, eigentlich nicht. Was in Filmen manchmal nicht vorkommt, wo es vorkommen müsste und ganz oft da vorkommt, wo es nicht vorkommen sollte, sind Wappenröcke aller Art. Das ist auch so in der Mittelalter 10 und im Lab genauso. Man will sie ja kennstlich machen. Man will auch als Untergebener eines Herren will man kenntlich sein. Deswegen ziehe ich mir einen Wappenrock an. Und da fängt das Problem schon an, die gab es ganz selten bei Untergebenen. Wappenrock ist das für einen Ritter. Der will sein Wappen zeigen und die Untergebenen tragen gar nicht das Wappen des Ritters. Das ist unüblich. Und hier habe ich ein Bild aus einer Handschrift. Das 15. Jahrhunderts ist so um 1455 erschienen. Das ist ein typischer Wappenrock derzeit. Also da habe ich über einem vollen Plattenhahn nicht einen Wappenrock. Inwiefern die in der Schlacht getragen wurden, ist fraglich. Also genau dieser Typ. Auf Turnieren wurden sie getragen. Ich werde sowas ähnliches zunächst aufbekommen, um es über meine Rüstung tragen zu können. Der Wappenrock fängt so an im anfangenden, späten Mittelalter. Wenn ich nochmal das Bild hier aus der Kreuzfahrerbibel habe, da haben wir schon Wappenrocke, allerdings noch ohne Wappen. Die kommen tatsächlich so im 13. Jahrhundert langsam auf. Wird oft mit den Kreuzzügen in Verbindung gebracht, weil man sich vor der Sonne schützen will. Kann ich nicht zu sagen, ob das tatsächlich der Grund ist, aber in der Zeit, genau der Zeit, kommen sie auf. Werden dann nach und nach mit Wappen versehen. Dann haben wir auch Wappenröcke mit viel Wappen drauf, die aber nie so weit sind, wie der, der wir eben gesehen haben. Und wenn wir hier zum Beispiel nochmal Edward von Woodstock sehen, das ist dann der klassische Wappenrock, den wir im späten 14. oder frühen 15. Jahrhundert haben. Das ist eng geschnitten über der Rüstung, also wirklich hauteng, es wird geschnürt, zeigt das Wappen des Besitzers. Und das ist genau das, was wir in Agincourt sehen würden. Was wir eben genau eben bei The King nicht gesehen haben, wo wir nur grau sehen, das wäre die Optik, wie die Engländer und die Franzosen in die Schlacht von Agincourt gekommen sind. Und das, was wir in Filmen oft sehen, nenne ich immer zärtlich Wappenlappen, weil es ist nur so ein Streifen im Loch drin, das übergeworfen wird. Tatsächliche Wappenröcke sehen schöner aus und sind besser geschnitten, weil auch da wieder, es geht vor allen Dingen darum, zu repräsentieren, wie sahen tatsächlich, ich als Ritter will zeigen, was ich habe, ich will zeigen, ich bin hier wichtig, ich zeige meinen Wappen. Gerade so 15. Jahrhundert, eben die Zeit so mit der klassischen Ritterrüstung, wo eben dann die Ritter alle in ihren klänzenden Hanichen rumlaufen, übrigens eine sehr kurze Zeit. Wenn man schaut, das Mittelalter mit seinen tausend Jahren, die Zeiten, in denen wir diesen vollen gotischen Hanich haben, überhaupt diese volle Plattenrüstung, sind kaum 100 Jahre. Relativ wenig. Ich will auch mal zeigen, wie müsste man sich jetzt so in einem Film vorstellen, wie so ein Heer tatsächlich aussah. Und da habe ich mir den Kurfürstlich-Sächsischen-Kriegsknechten mal eine Fotoserie gemacht und verschiedene Typen dargestellt. Und wir gehen mal von oben nach unten. Das hier ist ein Pavisier. Das ist ein, ob das nun ein Man at Arms ist, oder ein Custier, wenn er beritten ist, oder eben hier der Pavisier, das ist ein gut gerüsteter Profisoldat, trägt einen halben Haar nicht, trägt die Pavese, diesen Setzschild, trägt einen Spieß, trägt ein Schwert. Das ist ein gut ausgestatteter Kämpfer. Wenn er auch ein Beitrag dazu hat, dann ist er letztlich auf Augenhöhe mit einem Ritter. Aber das ist so die Masse der ersten Reihe. Wir haben es tatsächlich auch im 50er-Jahrhundert, dass mit diesen Pavesen wirklich eine Mauer gesetzt wird. Die werden nicht gehalten, die werden abgesetzt, um dann über diese Mauer zu kämpfen. Auch wieder eine defensive Haltung. Und die defensive Haltung gilt im Mittelalter als die beste. Es wird ganz oft geraten, stell dich defensiv auf. Wenn du in der Defensive, in einer guten Stellung bist, hast du Vorteile. Das bleibt sehr lange. Und letztlich ist es sowas wie die Artillerie, die das langsam aufknackt. Dann muss ich andere Taktiken machen. Auch so, die Hosiden haben zum Beispiel Kriegswagenburgen auf dem Schlachtfeld aufgebaut. Haben eine Wagenburg gebildet und haben eine völlig defensive Stellung eingenommen und haben damit wirklich deutlich stärkere Ritterheere geschlagen. Also den Kriegner aufreiben und dann in die Offensive übergehen, galt als besser. Eins darunter ist der helle Badenträger. Ist wieder dieselbe Person. Deutlich einfacher. Hat Handschuhe, Helm, Brustplatte und hier eine Helmbarte. Gar nicht so häufige Waffe. Ein Büchsenschütze. Sehr einfach. Der trägt jetzt, ich glaube, gar keine Rüstung oder eine Brustplatte. Auf dem Rücken hat er eine kleine Pavese, hat eine Handbüchse in der Hand und eine Axt. Vergleich, ich als Frankfurter Büchsenschütze in einer Darstellung, ich habe hier auch keine Rüstung an. Ich glaube, auf dem anderen Bild hatte ich auch eine Brustplatte unter der Schecke, unter der Jacke. Aber das sind so jetzt Bürgerliche oder Bürger einer Stadt, die ihrer Wehrpflicht nachkommen und als Büchsenschütze eingesetzt werden. Hier haben wir nochmal einen Armbrustschützen. Schützen waren generell in Städten und niederen Städten sowieso eine sehr, sehr beliebte Art des Kämpfers. Die wurden in großer Zahl gebraucht. Und auch hier ein großer Schild. Der könnte auch noch eine einfache Rüstung dazu haben, aber das ist eben das, was wir unter den Schützen sehr häufig finden. Und letztlich am unteren Ende der Skala der Spießknecht. Okay, der ist vergleichsweise gut ausgestattet. Der hat eine ganze Brustplatte. Aber da kommt halt so, Spießbürger sind die Bürger, die schon bürgerrecht haben, aber nur Spieß als Waffe bringen können, weil sie ansonsten nicht reich genug sind. Das ist so der klassische Spießbürger. Und das haben wir tatsächlich so als unterste Klasse der Bürger. Bringen Spieß mit, vielleicht einen Helm, vielleicht Handschuhe. Das ist sehr, sehr häufig. Und das ist jetzt so eine realistische Darstellung, sowohl was die Farben angeht, aber auch was die Rüstung angeht, halte ich das für einen realistischen Stand, wie im 50. Jahrhundert Kämpfer aussehen. Natürlich in unserer Region, im deutschsprachigen Raum. England, Frankreich, da gibt es Unterschiede. Die sehen anders auch. Aber ich habe sie in den Filmen letztlich in der Form noch nicht gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es einen Film gibt, der eine realistische Ausstattung zeigt. Es gibt so eine Ausnahme. Heinrich V. von 1944 ist bei den Rittern sehr gut, beim Fußvolk schon wieder nicht ganz so gut. Und dann kommen wir noch zum riesengroßen Thema der Waffen. Und da haben wir unfassbar viele Klischees. Erstmal das Schwert als Hauptwaffe. Das Schwert war eigentlich nie die Hauptwaffe. Das Schwert ist immer die Zweitwaffe. Gut, bei... Es ist bei Reitern nicht. Wir haben als Hauptwaffe vor allem etwas Langes. Ob es ein Speer ist, ein Spieß, eine Lanze. Ich habe irgendetwas Langes mit einer Spitze dran, denn das ist eine perfekte Waffe. Der Spieß ist letztlich die perfekte Waffe. Ich habe Reichweite, er ist billig. Ich habe vorne ein spitzes Ding, mit dem ich meinen Gegner poken kann. Wenn der weg ist, dann brauche ich eine Zweitwaffe. Und so ein Spieß ist halt relativ schnell weg. Bei einer Lanze sowieso. Der ist für einen Anritt gut. Und dann kann ich mein Schwert nehmen. Aber wirklich Hauptwaffe sehr, sehr selten. Und beim Schwert haben wir auch ganz viele falsche Ideen. Erstmal das Gewicht. Egal wo ist Gewicht, wird völlig überschätzt. Also unfassbar schwere Teile. Mehr Kilo schwer. Und das sind sie halt nicht. Schwerter fangen unter einem Kilo an. Und die allerschwersten Schwerter, da sind wir so bei riesigen Biedenhändern, sind wir bei dreieinhalb Kilo. Sagen wir vier. Da sind wir aber schon sehr, sehr weit. Die normalen langen Schwerter, das ist was manchmal als anderthalb Händer bezeichnet wird. Langes Schwert. Zwischen 1200 und 1600 Gramm würde ich sagen, ist das Normale. Und das fühlt sich nach weniger an, weil ich es eben mit zwei Händen verwende. Ich schlage nicht stumpf zu, sondern ich bewege die Hände. Eins ist im Prinzip der Drehpunkt, der andere Hand bewegt ist. Und dadurch ist das Ganze gar nicht mehr so schwer, wie es sich anfühlt. Ähm... Gleichzeitig sind diese Schwerter sehr gut und sehr schlecht. In Filmen schneiden sie durch alles, wenn es der Held ist. Wenn der Held es trägt, kann ich durch jede Rüstung durchschneiden. Ich kann mit Stahl nicht durch Stahl schneiden. Wie soll das funktionieren? Geht nach Hause, nehmt ein Küchenmesser und Säbel an eurem Pfannen rum. Es wird nicht funktionieren. Funktioniert nicht. Und da muss ich noch einen sehr, sehr dünnen und sehr, sehr schlechten Stahl haben, um mit einem Schnitt durchzukommen. Ich halte es für nahezu unmöglich. Ähm... Gleichzeitig, wie gesagt, sind sie zu schwer und es wird immer nur draufgehämmert. Also sowas wie Fechten findet man sehr selten. Da gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Zum Beispiel Herr der Ringe. Da sieht man ein paar schöne Fechtzähnen. Also gerade Aragon hat offenbar guten Unterricht gehabt. Also Viggo Mortensen. Der Film hat aber auch einen ausgezeichneten Berater. Und selbst Bob Anderson, der Fechtlehrer, mit vielen Jahrzehnten Erfahrung hat gesagt, das waren die besten Schwerter, die er jemals in dem Film verwendet hat. Weil... Weil dieser Mann, John Ho, offensichtlich Ahnung hat von dem, was er tut. Und der war Set-Designer beim Herr der Ringe. Der hat ganz viel dazu beigetragen, dass man bei Herr der Ringe tatsächlich gute Ausrüstung findet. Ansonsten, Schwerter, wie gesagt, sie sind ganz, ganz oft stumpf. Schwerter sein stumpf. Das findet man selbst in Fachliteratur, dass das Schlagen der Schwerter noch nichts mit Fechten zu tun hat, sondern nur stumpf auf den Gegner in seiner Rüstung geschlagen wird, bis einer erschöpft umfällt. Hab ich so in Fachliteratur gelesen. Kein Scherz. Was man nie sieht, sind die Taktiken, wie ich wirklich an einem Gegner in Rüstung vorbeikomme. Nämlich Halbschwert und solche Dinge in die Blöße stechen. Ich hab mal ein Video aufgenommen mit der Kargedorn. Da sieht man ganz gut, wie tatsächlich die Haltung des Schwertes in einem Kampf in Rüstung ist. Und natürlich, wenn ich mit einem Schwert nur stumpf auf einen Rüstung draufhau, dann kann es keine sinnvolle Waffe sein. Und was macht sich der gemeine Hilme-Mensch? Wenn die Schwerter nicht funktionieren, muss es andere Waffen geben. Nehmen wir doch einen Streithammer. Gerade hatten wir die Szene The King, Heinrich V, rennt mit einem Reiterhammer, so einem Rabenschnabel, wie es gerne heißt, in die Schlacht. Weil das ist eine Waffe, mit der komme ich durch Rüstung durch. Nein, nicht wirklich. Also, wir haben Tests gemacht, ihr könnt es ausprobieren. Es funktioniert nicht so einfach. Ich kann nicht einfach durch eine Rüstung durchschlagen. Es funktioniert nicht, auch mit so einer Waffe nicht. Da muss die Rüstung schon wirklich, wirklich schlecht sein. Deswegen war sie im Mittelalter auch nicht sehr verbreitet. Es gibt sie, aber sie hat ihre große Zeit nach dem Mittelalter gegen ganz andere Rüstungen, als Trittwaffe von Reitern. Wirklich, Trittwaffe. Dazu gehört auch die Axt, der Streitkolben. Ist genau dasselbe. Wie oft höre ich, ja, mit dem Streitkolben kann ich ja die Gelenke der Rüstung beschädigen. Die Gelenke sind genau dagegen geschützt. Also, sie haben so große Hinterflügen, so Platten, die dann außen angesetzt sind und aufliegen, genau damit ich so etwas nicht kann. und bei einer guten Rüstung verbiege ich das auch mit dem Streitkolben nicht. Also, ich wurde schon mit einem Fußstreithammer geschlagen. Also, eine lange Stange und auch das, das war unangenehm. Ich möchte das nicht den ganzen Tag haben, aber es war jetzt nicht so, dass er mich damit direkt gekriegt hat und meine Rüstung verbogen wäre. So gar nicht. Der Morgenstern kommt noch dazu. Ich kenne Bildquellen von Morgensternen. Ich glaube drei. Im gesamten Mittelalter. Und bei den Hussiten gibt es auch Flegelwaffen. Also Flegelwaffen, so Kriegsflegel sind ein Ding. Komme ich auch nochmal dazu. sind keine umgearbeiteten Bauernwaffen, denn die Kriegspfleger haben eine eiserne Verbindung und das Werkzeug hat eine lederne Verbindung. Generell halte ich improvisierte Waffen für selten, weil in derselben Zeit kann ich auch eine gute Waffe bauen. All diese Waffen, die angeblich rüstungsbrechend sind, sind es letztlich nicht. Gerade mit so einem Fußstreithammer, äh, Fußstreithammer ist die lange besser, gerade mit so einem Reiterhammer. Ja, das ist nicht angenehm, aber ich kann damit nicht einfach durch die Rüstung schlagen. Wenn ich auf einem Pferd sitze, sehen die Sachen anders aus. Pferde haben richtig viel Wucht. Da kommt richtig viel Energie mit. Ich möchte nicht von einem Reiter im Galopp mit einem Reiterhammer geschlagen werden. Da ist der Hammer nicht das Ding, sondern die reine Wucht und ich glaube immer noch nicht, dass es meine Rüstung durchschlägt, aber mir tut es auch nicht gut. Und wenn es mir am Kopf schlägt, weiß ich nicht, was mein Genick danach macht. Also, völlig anderes Thema. Was völlig übersehen wird, was es nie gibt, sind messerartige Waffen. Das hatte ich gerade gestern in der Post. Ist mein neues langes Messer. Das ist so ein Messer. Sehr beliebte Waffe des 15. Jahrhunderts. Die wird Teil meiner Armbrüste ausstatten. Ich kriege bald eine Armbrust, eine schöne, dann mache ich eine Armbrust schnüpfchen Darstellung und das wird meine Seitenwaffe. Und wie gesagt, es ist ein Messer. Es ist nur auf einer Seite scharf. Ich bin vorsichtig, es ist wirklich scharf. Die andere Seite ist stumpf. Und eine relativ verbreitete Waffe. Also, was nicht ritterlich ist, unterhalb der ritterlichen Schicht, weil Schwert ist ein Status und Wohl darf nicht jeder tragen, waren solche Waffen tatsächlich beliebt. Und es ist auch die lange Griff, es wird fürs Fechten benutzt, wunderschöne Waffe, bin ich sehr happy mit. Und davon gibt es wahnsinnig viele Varianten. Von sehr, sehr kurz, also quasi ein Arbeitsmesser bis zur zweihändigen Variante, also richtig lange Teile, gibt es alle möglichen Varianten von einschneidigen Waffen. Und wenn wir nicht gerade in England sind, da sieht man manchmal so ein falscher und so eine sehr wuchtige Waffe, die allerdings auch falsch eingeschätzt wird, weil die ist gar nicht so schwer, die hat eine eher dünne Klinge, dann sind solche einschneidigen Waffen quasi nicht bekannt. Lustigerweise in der Bohut-Szene, so Battle of the Nations und so, da sind sie sehr beliebt, wobei sie da letztlich irgendwie falsche und artige Knüppel sind, weil die sind dann auch wieder stumpf. Klar, da sind sie beliebt, in Filmen findet man sie quasi gar nicht. Fechten kommt sowieso, wie gesagt, bis auf Ausnahmen wie zum Beispiel Heide der Ringe nicht vor. Und wenn, dann gibt es schon wieder falsche Vorstellungen, denn Krieg hat mit Fechtbüchern nichts zu tun oder sehr wenig. Die Fechtbücher sind ziviles Fechten und letztlich eine Versportung. Selbst im Mittelalter haben wir schon einen Fechtsport. Wir haben auch Beispiele, wo Leute für einen ritterlichen Zweikampf trainiert werden durch Fechtmeister. Das gibt es durchaus. Das ist ein Teil ihres Prestiges, dass sie eben Leute auf einen richtlichen Zweikampf vorbereiten. gerade Hans Talhofer hat das mehrfach geschrieben und gesagt. Aber letztlich ist das, was wir im Fechten sehen, vor allem bloß Fechten. Also ich bin ungerüstet und gehe mit dem Schwert dagegen, mehr oder weniger sportlich. Das sind oft Dinge, die in Rüstung gar nicht funktionieren. Und das ist ein Missverständnis. Das ist das, was wir aus Fechtbüchern kennen, die allgemeine Kriegskampfart gewesen ist. Da sagen vor allem ganz viele Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. Forscher in dem Bereich ist nicht so, können wir nicht nachweisen. Wir müssen also unterscheiden zwischen sportlichen Fechten und Kriegsfechten und zwischen Bloßfechten und Hanigfechten. Und Bloßfechten und Hanigfechten, da habe ich so ein bisschen Erfahrung, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also tatsächlich, wenn man eine Rüstung anhat, ändert es quasi alles. Ganz viele falsche Ideen sind dann noch beim Gewicht von Waffen. Ich habe eben schon gesagt, Waffen werden als zu schwer eingeschätzt. Das haben wir ganz oft. Also quasi immer, da gibt es Ideen bis zu 20, 30 Kilo, die so ein langes Schwert wiegen soll. Großer Quatsch. Aber auch die Verhältnisse sind ganz oft falsch. Also die Leute haben die Idee, das Mittelalter ist schwer und das war es nicht. Gerade im Frühmittelalter. Wikinger. Also denkt an 13. Krieger. Der arabische, die arabische Hauptfigur wird ausgelacht wegen seines zu leichten Schwertes und dann nimmt er ein riesiges Schwert von einem Wikinger und schleift sich auch aus einem Säbel. die Schwerter der Wikinger waren wirklich leicht. Relativ kleine, relativ leicht. Weil ich muss es einhändig führen mit einem Schild. Ich brauche eine Waffe, die ich schnell benutzen kann. Länger werden die Schwerter erst, wenn ich die zweite Hand dazu nehmen kann. Und auch die mittelalterlichen Schwerter sind nicht wahnsinnig schwer. Es sind Einhandschwerter und das ist ein wichtiger Punkt. Wirklich schwer sind die nicht. Und dann haben wir wieder die Idee, dagegen kommt dann der elegante Fechter mit seinem Rapier. Schnelles Rapier, viel, viel leichter in jedem Rollenspiel. Rapier ist die schnell leichte Waffe. Wenn du die Wagen nimmst und ein hochmittelalterliches Einhandsschwert und ein Rapier drauflegst, also das Rapier hat knapp 50% mehr Gewicht. Allein der Griffkorb macht es schwer. Ist an einem anderen Punkt. Ist eine Stichwaffe. Ganz andere Voraussetzungen. Das Gewicht an der Hand ist kein großes Problem. Aber tatsächlich, Rapiere sind länger, viel länger. Zeitweise sind Rapiere über einen Meter lang. Basiert auf der Fechtweise, sind wir auch nicht im Mittelalter, sind wir schon in der frühen Neuzeit. Aber da sind halt vollkommen falsche Vorstellungen. Und auch so das Rapier, also die Waffen werden leichter. Nee, sie verändern sich. Die Kampfart verändert sich. Es wird stichlastiger. Dadurch, dass die Fechtart sich verändert und auch der Bedarf dazu. Also es ist eine zivile Waffe, die auch gerne in zivilen Duellen eingesetzt wird. Aber leichter ist sie letztlich nicht. Da brauchen wir ordentlich lange, bis wir dann zum Degen und Smallsword und solchen Sachen kommen. Da haben wir teilweise sehr, sehr leichte Waffen. Aber diese Idee, dass so die Fechtwaffen alle viel leichter sind und die Schwerter schwer. Einige Schwerter sind schon richtig, richtig leichte Waffen. Also, Zweihandschwerter sowieso. Diese riesigen Bienenhänder, die werden benutzt, um Gassen in die Gegnerischen reinzuhauen und vor allem um Pieken durchzuhauen. Funktioniert auch nicht. Ich kann keine freigehaltenen Pieken durchhauen. Da müsste ich schon richtig viel Glück haben. Aber solange es nicht aufliegt, passiert da nicht viel. Gassen hauen vielleicht. Es gibt so Hinweise darauf, dass man einfach die Waffen wegdrückt. Man damit im Prinzip durch Druck eine Lücke haut. Aber tatsächlich, solche Bienenhänder sind Trabantenwaffen, Leibwächterwaffen und auch die Fechtarten, die wir dazu kennen. Zum Beispiel aus Spanien, Montante ist Verband. Ist jetzt nicht dieselbe Waffe, genau, aber es ist ein großes zweihändiges Schwert. Oder ein großes zweihändiges Schwert. Da haben wir erhaltene Fechtarten. Die sind zur Raumkontrolle. Ich kann mehrere Gegner gleichzeitig bekämpfen, indem ich den Raum kontrolliere. Das kann ich wieder nicht ewig, aber genug Zeit, damit mein Chef wegkommt. Also da haben wir schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Wir kennen Abbildungen von solchen Waffen in der Schlacht. Die gibt es. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass das so mit dieser Gassenhauer-Theorie wirklich sinnvoll ist. Und wie gesagt, auch 3,5 Kilo ist ein Normalwert. Also 3,5 bis 4 würde ich sagen, ist normal für die Waffe. Die sind nicht so schwer. Sie sind nicht langsam. Sie sind in keinster Weise langsam. Wenn ich sie schwingen kann, dann sind sie richtig schnell, solange ich sie in der Bewegung halte. Ich muss sie aber auch in der Bewegung halten. Wenn ich erschöpft werde, wird es schwierig. Aber die Idee, dass ein Wiedenhänder eine langsame Waffe ist, wer die eine Aktion gesehen hat. Nicht wirklich. Dann kommen wir zu den Lieblingen, die wir im Mittelalter oder in entsprechenden Publikationen haben. Egal ob Film, Comic oder sonst irgendetwas. Der Langbogen. Die Superwaffe des Langbogens. Die panzerbrechende Interkontinentalwaffe, mit der ein geübter Bogenschütze auf mehreren hundert Metern dem Gegner in den Seeschlitz schießt. Kein Scherz. Dokumentation über die Türken vor Wien. Die türkischen berätenden Bogenschützen konnten den gegnerischen Rittern in den Seeschlitz schießen. Dass die zu der Zeit gar keinen geschlossenen Helm mehr getragen haben, ist egal. Aber das konnten sie, weil sie so gut waren. Und die eigentlichen Langbogenstützen schießen einfach durch alles durch. Gar keine Frage. Durch so eine Rüstung wie nichts. Und es stimmt halt einfach nicht. Also es gab vor einiger Zeit von Todstuff eine Reihe, eine Versuchsreihe, die ich ein bisschen kritisch sehe, weil ich finde, die Aufmachung nicht gelungen. Der hat die billigstmögliche Rüstung mit einem Langbogen beschossen. Und am Ende hat er nochmal nachgelegt und tatsächlich haben sie dann irgendwann auch den Seeschlitz getroffen und irgendwann sind sie durch die Rüstung, nachdem sie lange genug versucht haben. Aber tatsächlich mit einem Langbogen durch einen Vollhaar nicht zu kommen, ist quasi unmöglich. Da muss schon sehr viel passieren. Da muss schon echt Unglück sein. Das heißt nicht, dass nichts durchkommt. Genug Pfeile auf genug Leute geschossen und irgendwann wird eine Schwachstelle getroffen. Und die Hauptschwachstelle ist in dem Fall das Pferd unter dem Ritter. Großes Problem. Aber der Langbogen, die Kurzzeit des Langbogens ist noch gegen Ringpanzer. Dann werden die Ringpanzer verstärkt. Auch unter anderem wegen dem Langbogen. Und spätestens wenn wir, also Arjun Kuh ist schon knapp, da haben wir schon komplette Haniche. Aber wir wissen auch, dass die französischen Angreifer in Arjun Kuh eben nicht komplett durch Bogenschützen niedergemäht wurden, wie uns das gerne gezeigt wird. Auch in The King sieht man, wie die einfach vom Pferd geschossen werden. Die Anzahl der Opfer durch Pfeilbeschuss in Arjun Kuh war relativ gering. Die Hauptverluste waren im Kampf dann gegen die Bogenschützen, die gar nicht mehr mit dem Bogen gekämpft haben, sondern in der Schlachtreihe zusammen mit abgesessenen Rittern oder in ihrer defensive Stellung zusammen mit abgesessenen Rittern mit Nahkampfwaffen. Da ist der große Blutzoll der Franzosen dann gewesen, weil die sich im Prinzip eingekesselt wurden und im schlechten Boden, der wirklich aufgewühlt war, irgendwann stecken geblieben sind. Also keine schöne Angelegenheit. Aber der Langbogen ist eine großartige Waffe. Ganz tolle Waffe. Er bringt auch einen neuen Typ des Soldaten, nämlich des Profi, nicht redelichen Profikämpfers hervor, aber er ist nicht die Wunderwaffen, der mich einfach durch alles durchschieße. Das wird immer wieder gerne behauptet, aber alle Beschusstests zeigen das Gegenteil. Auch Armbrüste haben erheblich mehr Energie als einen Langbogen. Viel, viel mehr. Und trotzdem kommen die auch nicht durch solche Rüstungen. Ich kenne Beschusstests von Armbrüste auf Plattenpanzer und ja, passiert nicht so wahnsinnig viel. Wir haben selbst Ringpanzertests gehabt, wo der Bolzen vom Ringpanzer aufgehalten worden ist. Würde ich mein Geld nicht drauf hätten, vor allem wenn ich drinstecke, aber wir hatten schon solche Ergebnisse. Verwandt damit ist der Brandpfeil. Feuer. Der Liebling der Hollywood-Regisseure. Wenn's brennt, super. Denkt an Königreich der Himmel. Brandbomben, brennendes Pech, alles brennt. Explosionen, ganz wichtig, Explosionen. Wir haben gar nicht so viele Dinge, die explodieren können. Außer Mühlen mit Mehlstaub. Das funktioniert ziemlich gut. Wir haben auch gar nicht so viele Dinge, die groß brennen. Also griechisches Feuer ist eine Besonderheit der Byzantiner. Haben wir nie in Mitteleuropa. Öl und Pech. Ja, könnte sein. Also Pech von den Mauern ist sowieso so ein Lieblingsding. Viel zu teuer, viel zu aufwendig. Und da kann ich, also da nehm ich was Billiges. Da nehm ich ungelöchten Kalk. Brauch ich eh zum Bauen. Verätzt die Augen, ist richtig fieses Zeug. Verätzt die Lungen. Billig kann ich runterwerfen. Steine kann ich in rauen Massen runterwerfen. Ich wüsste nicht, dass wir wirklich eine Quelle für Pech bei einer Belagerung haben. Also Pech von den Mauern schütten. Kenne ich keine Quelle. Aber Brandpfeile, wie gesagt, großer Liebling. Timeline. Michael Crichton. Tolle Szene, eine meiner Lieblingsszenen. Sie schießen Brandpfeile, die Gegner erheben ihre Schilde und dann sagt der Kommandeur, nehmt Nachtpfeile. Und ungelogen, die nehmen nicht brennende Pfeile und damit mähen sie ihre Gegner nieder. Brandpfeile gibt es. Es gibt auch mittelalter Rezepte für Brandpfeile. Es gibt spezielle Spitzen für Brandpfeile, aber es sind sehr, sehr selten. Weil letztlich bringen sie gar nicht so wahnsinnig viel. Selbst wenn ich sie abgeschossen kriege, die meisten gehen von alleine aus. Da muss ich mir schon richtig Mühe geben. Und ich muss erstmal nah genug zum Beispiel an der Stadt dran sein, um über die Mauer schießen zu können. Also um überhaupt die Dächer zu erreichen. Und je später es ist, umso weniger habe ich brennbare Dächer. Also umso mehr habe ich Schiefer und Keramikschindeln, die das Ganze abhalten. Also das haben die Städte auch dafür Sorge getragen. Die verbieten auch teilweise Dachdecken mit brennbaren Materialien. Also Stroh, Holz, Schindeln und ähnliches werden immer mehr verboten. Also Brandpfeile würde ich sehr eingeschränkt sehen. Bei der Belagerung, die Verteidiger haben da eher was davon, um ein Belagerungsgerät in Brand zu schießen. Aber das mache ich eigentlich nicht mit einem Brandpfeil. Da nehme ich lieber sowas wie brennende Pechringe. Also da gibt es tatsächlich Materialien, Feuertöpfe, quasi Brandbomben, Pechringe, die ich zum Beispiel auf hölzerne Gerätschaften werfen kann, die dann munter vor sich hin brennen. Da gibt es tatsächlich einiges an Feuerwerkerei, aber letztlich nichts, was, also Brandpfeile sind da die Ausnahme. Absolut. Das große Klischee ist dann noch, die Feuerwaffen beenden die Ära der Ritter. In den Vorstellungen, wirklich in den Vorstellungen aller meisten Menschen hast du den Ritter in seinem Plattenhahnig. Dann kommt die Feuerwaffe auf und die Ritter hören auf, Ritter zu sein. Ich habe mir erzählt, wir haben so im 14. Jahrhundert den Übergang vom Ringpanzer zum Plattenpanzer. Es fängt so um 1250 an, da tauchen die ersten Plattenteile so im Plattenrock auf und beendet wird das Ganze so um 1420, 1430, da ist dann der volle Haniche entstanden. Es ist mehr als 150 Jahre und genau in der Mitte tauchen die Feuerwaffen auf. Also die ersten vollen Plattenhahnige haben wir 70 Jahre nach dem Auftauchen der Feuerwaffen. Die Feuerwaffen sind der Grund für den gerüsteten Ritter, für den Ritter in Vollrüstung, so wie meine Rüstung. Das hier ist über 120 Jahre nach den ersten Feuerwaffen. Nicht davor, danach. Und diese Rüstungen sind eine Reaktion darauf, denn die ersten Feuerwaffen sind zwar, das ist auch wieder so ein Gerücht, die würden nur Lärm machen und Pferde erschrecken, nee, man trifft damit schon was und es ist auch kein Spaß, also das durchschlägt vieles. Meine Rüstung würde wahrscheinlich davon nicht durchschlagen werden. Also ein Schwesterstück meiner Brust ist mit einer modernen 9mm-Kugel beschossen worden, also normale Pleikugel, nichts Panzerbrechendes oder sowas, dem hat sie standgehalten. Das funktioniert. Also ich würde auch sagen, bei einer normalen Handbüchse, so wie ich sie auch habe, gute Chancen. Je später, desto besser das Pulver und so mehr Durchschlagskraft, völlig anderes Ding, auch bei Armbrusten, einfache Armbrust, ja, Wahlarmbrust vermutlich nicht. Spätestens werden wir dann in der Neuzeit sind mit einer großen Muskete, so diese 30-jährige Kriegsmuskete, die der haut da einfach durch. Aber diese Rüstungen sind eine Reaktion auf die Feuerwaffen, nicht umgekehrt. Natürlich haben wir auch schon Kanonen, ganz anderes Ding. Eine Kanonenkugel auf eine Rüstung, müssen wir nicht drüber reden. Aber weder waren Feuerwaffen ungenau, man kann auch mit einer relativ einfachen Waffe relativ genau schießen. Sehen wir auch auf Abbildung, wenn sie gezielt, also wenn ich die Waffe auf die Schulter nehme und eine andere für mich zündet, das ist ziemlich sicher gezielter Schuss. Wir haben bereits Schützenfeste, also die städtischen Schützen sind zu Schützenfesten gegangen, um dort, um die Wette zu schießen, was auch, also so auf eine Holzadler schießen, was auch wieder auf gezieltes Schießen hinweist. Sie waren durchschlagskräftig, aber auch nicht so, dass sie alles durchschlagen. Aber sie waren sinnvolle Waffen. Deswegen wurden sie in großer Menge verwendet und zum Beispiel die Belagerung von Neuss ist vor allen Dingen von den Verteidigern gewonnen worden, durch die sehr große Anzahl an Handbüchsen und kleineren Geschützen. Damit konnten sie Angriffe abwehren. Also sie haben sich an ihrer Position absolut bewertet, sind eine absolut sinnvolle Waffe und das kann man eigentlich fast immer sagen. Das, was verwendet wurde, war in den allermeisten Fällen zu diesem Zeitpunkt sinnvoll. Die Menschen waren nicht dumm, die wollten nicht sterben. Wenn sie in die Schlacht und in den Kampf gegangen sind, war das, was sie genutzt haben, sinnvoll. Sonst hätten sie es nicht gemacht. Das mendelt sich ganz schnell aus. Man ist ganz schnell aus der menschlichen Evolution draußen, wenn man dumme Dinge im Krieg tut. ruckzuck. Und das haben die Leute gewusst. So, letzter Punkt sind dann noch die improvisierten Waffen. Das haben wir auch ganz oft. Erstmal Bauern in der Schlacht. Ich muss nochmal zurück zur Schlacht. Eher selten. Denn Unfreiheit, viele Bauern waren unfrei, das waren sie, weil sie nicht in den Krieg wollten. Wir haben im Frühmittelalter und im Späten Mittelalter sogar nochmal, haben wir Leute, die freiwillig die Unfreiheit wählen. Am besten nur Zinsen abgeben, das ist die beste Art der Unfreiheit, aber da gibt es ganz verschiedene. Je nachdem, was ich mir leisten kann. Und als Unfreier habe ich Pflichten, ich habe aber auch Rechte, ich muss nicht in den Krieg. Denn das müssen die Freien. Ich verwirke mein Recht des Wehrdienstes, was vielleicht gar nicht so doof ist. Und ja, sicher wurden auch Leute im allerschlimmsten Fall in die Schlachtreihe gestellt, aber eigentlich war das nicht der Sinn des Ganzen. Und deswegen diese Bauernaufgebote eher selten. Wenn dann, wir haben zum Beispiel genossenschaftliche Bauernaufgebote, also der Herr ist nicht da, dann kämpfen die Bauern, um ihr Dorf zu verteidigen. Und wir haben auch Bauern mit Waffen und Rüstung. Aber es ist nicht die Regel. In der Schlacht schon gleich gar nicht. Und, wie bin ich gerade zu Bauern gekommen? Dann haben wir, wenn wir dann mal Bauernkämpfen haben, sind die immer improvisiert ausgerüstet. Also so die Sense, die einfach um 90 Grad gedreht wird, dann habe ich eine Waffe. Dummerweise sind das gar keine Sensenblätter, die wir dann da drauf haben, weil eine Sense zum Gras schneiden hat eine sehr dünne, fast wabbelige Klinge. Die ist gar nicht so gut für eine Waffe. Und auch da ist nichts gedreht, da ist eine ganz andere Tülle dran. Also nein, da war einfach dann ein Schmied, ein dörflicher Schmied, der, so eine Sense kann ich, das mache ich ein bisschen dicker, ich mache eine ähnliche Waffe, Sturmsense, fertig. Oder auch Trechflägel, nein, man hat einen Trechflägel, notfalls ersetzt man es schnell. Man ersetzt das Lederne, die Lederne Verbindung durch eine eiserne Verbindung. Ja, vielleicht ist es mal ein Trechflägel gewesen, aber ich nehme nicht meinen Trechflägel zum Trechen, um ihn in die Schlacht zu nutzen. Das ist sinnlos. Vielleicht, wenn es ein spontaner Auflauf ist, möchte ich nicht ausschließen, aber die Idee, dass die Bauern alle mit Mistgabeln und Trechflägeln kommen, viele von diesen Bauern, gerade wenn sie Freibauern waren, hatten Waffen. Mussten sogar Waffen haben. Also ich würde den auch eher, sowas wie Sturmsense, wie gesagt, gibt es. War ich letztens in, wo war das? Solotouren im Zeughaus. Da haben sie Sturmsensen. Das sind alles als waffengefertigte Geräte. Nichts davon ist eine improvisierte Waffe. Gar nichts. Also da wäre ich bei so improvisierten Waffen immer sehr, sehr vorsichtig. Ich würde eher davon ausgehen, dass selbst bäuerliche Aufgebote gar nicht mal so schlecht ausgerüstet sind. Jedenfalls besser, als man es so oft sieht. Uniformierung haben wir noch gar nicht im Mittelalter. Also wir hatten vorhin ja kurz den Wappenrock, das ist aber nie eine Uniformierung, dass wir wirklich große Truppenteile kenntlich haben mit einheitlicher Kleidung. Da sind die ersten Sachen, glaube ich, im 14. Jahrhundert, die ich kenne. Und im 15. Jahrhundert haben wir das dann häufiger, wenn zum Beispiel Städte ihre Aufgebote gleich kleiden. Gleich kleiden bedeutet dann allerdings oft, ich gebe den Stoff aus und der jeweilige Kämpfer muss dann daraus seine Kleidung machen oder machen lassen. Dann habe ich dieselbe Farbe, aber nicht den selben Schnitt und ich habe noch lange keine Uniform. Also das sind wirklich uniformierte Truppen, das dauert noch ein bisschen, habe ich im Mittelalter nicht. Ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich muss irgendwie, denkt an Braveheart, die Engländer haben alle diese komischen Überwürfe mit Plattenstücken drauf, also mit Abstand, da kann ich locker durchstechen, völlig unsinnige Rüstung, aber da kann ich halt schnell mit Ausstattern mehrere hundert bis tausend Statisten einkleiden. Ich verstehe, wo es herkommt, ist aber letztlich ein Problem mit der Wahrnehmung des Mittelalters. Und all das führt dann eben zu Problemen. Wir haben eine völlig verquere Wahrnehmung von Kampf im Mittelalter, was erstmal nicht so schwierig wäre. Man könnte jetzt sagen, ja, es sind alles unterhaltsame Filme, sind sie auch, aber dann nehmen die Leute das als Beleg, weil das ist ja in ihrem Kopf drin, das ist ja das, womit sie arbeiten und dann in Argumentationen hört man dann plötzlich heraus, ja, diese Ritter, die waren ja eher so, das war ja eher so schwerfällig. Okay, war es nicht. Und die Taktik hatten ja auch nicht viel. Okay, hatten sie schon. Weil eben dieses Wissen aus Filmen das überlagert. Und ich kenne das. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren, Jahrzehnten mit diesem Thema. Am Anfang habe ich auch Quatsch erzählt. Ich war davon überzeugt. Ich habe auch mal in meinem Leben erzählt, ja, Schwerter waren eher stumpf. Brechen mehr Knochen als zu schneiden. Ich hatte mittlerweile Originale in der Hand. Nee. So gar nicht. Also, auch nicht Rasiermesser scharf. Müssen sie nicht sein. Aber eine gewisse Grundschärfe, ja, haben sie. Und ich habe das aus den selben Quellen auch gezogen und habe meine Schlüsse gezogen und man neigt dann dazu, das als sich selbst logisch zu erklären. Nur wenn man in die Quellen geht, sieht es halt tatsächlich anders aus. Dann haben wir am Ende eine andere Wirklichkeit und die wird halt gerne überdeckt. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob das wirklich so ein großes Problem ist oder ob der alte Mann sich wieder aufregt. Mache ich sowieso. Schreibt es in den Kommentaren. Was sind eure Lieblingsmythen über das Mittelalter zum Thema Waffen, Rüstung und Schlachten? Was habt ihr auch mal geklaubt? Was erschien euch völlig logisch? Welche Sachen habe ich vergessen? Ich habe bestimmt ganz viele Mythen vergessen. Aber der Sinn dieses Videos war halt diese ganzen Mythen mal auf einen Punkt zusammenzubringen und sie bei Bedarf schnell nachschlagen zu können. Also wenn man mal wieder die Ideen hat, dann hat man hier vielleicht ein paar Gegenquellen, hat ein paar Bilder, mit denen man arbeiten kann. Das ist die Idee dahinter. Da wird es noch ein paar weitere Varianten geben. Zu Mittelaltermythen können wir noch ein paar Folgen machen. Aber wir hatten schon ein Überleben in der Stadt. Da haben wir uns schon einiges an Mythen angeschaut. Ja. Wenn ihr das Ganze erleben wollt, wenn ihr so eine Rüstung mal in Aktion sehen wollt, am 4. und 5. Quatsch, am 4. und 5. Mai ist in Lich in Mittelhessen wieder mein historischer Markt. Da bin ich mit so 30, 40 historischen Darstellern. Diesmal zeigen wir einen ritterlichen Zweikampf. Wir werden zwei Leute in sehr guten Rüstungen haben, die gegeneinander kämpfen. So einen Zweikampf, einen Gerichtskampf präsentieren. Wir werden Handwerker da haben. Ihr könnt das Ganze euch anschauen. Kostet keinen Eintritt. Wir verkaufen auch nichts. Wir erzählen nur. Es wird eine Schauküche geben. Es wird eingerichtete Zelte mit Möbeln geben. Die kurfürstlich-sächsischen Kriegsknechte werden da sein. Und einfache Kämpfer, also ich habe es vorhin auch gezeigt, einfache Kämpfer darstellen. Ich hoffe, wir werden Schreiber da haben. Es wird einiges zu sehen sein. Also schaut es euch an. Kann ich nur empfehlen. Wird großartig. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich hoffe, wir hatten Spaß an dieser Folge. Wir sehen uns spätestens nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.